Bisschen enttäuscht, dass du dich für das Finale gereicht hast? Ja, enttäuscht nicht. Wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen, so gut spielen. Aber wir haben ein gutes Turnier gespielt, im Halbfinale auch noch mal gut zurückgekommen. Und dann Elfmeterschießen oder Siebenmeterschießen ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Aber wir sind zufrieden mit dem Turnier heute und haben uns ordentlich verkauft hier. Hat ja so einen besonderen Charakter das Lebenshilfeturnier, aber gewinnen will trotzdem jeder. Aber der gute Zweck hier unterstützt man auch. Wie gut ist das? Ja, natürlich. Also für einen guten Zweck ist es natürlich immer gut zu spielen. Wir haben auch extra gesagt, dass das das wichtigste Turnier ist für uns in diesem Winter. Weil wir da halt auf jeden Fall spielen wollen, weil es ja für einen guten Zweck ist. Und ja, klar wird ja jeder gewinnen. Es ist halt Fußball. Aber es ist auch ein gutes Turnier. Was von euch noch zu erwarten draußen in der Saison? Ihr habt ja zuletzt einige Siege errungen, vier Siege in den letzten fünf Spielen. So kann es weitergehen draußen dann, oder? Ja, definitiv. Also man hat gemerkt, als wir im Sommer einen neuen Trainer bekommen haben. Viele neue Spieler. Hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und jetzt haben wir zusammengefunden. Es fruchtet mit Trainer, mit Mannschaft. Und ja, also wir wollen genauso weitermachen, wie wir auch gehen.